Jimmy sitzt am Lagerfeuer, träumt von einem Abenteuer, das er gern einmal erleben will. Eine schöne Frau, die hätten möcht, befreien er und erretten, doch das bleibt ein Traum und er denkt still. Was versteht denn ein Cowboy von Liebe? Er kennt nur die Prärie und sein Pferd und er reitet und träumt nur von Liebe, denn ihm hat doch kein Mädel gehört. Ach, es weiß ja keiner, wie allein er ist, doch ein Cowboy versteht, was von Liebe, wenn das richtige Mädeling küsst. Yippie-yay, 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 yippie-yay. Musik Musik Jimmy sieht mit einem Male eine Frau am Markt der Pfale und hält das für einen Wink des Glücks. Er befreit sie und Madame sagt bitte um ein Autogramm, ich hab sie gleich erkannt, sie sind vom Mix. Was versteht denn ein Cowboy von Liebe? Er kennt nur die Prärie und sein Pferd. Musik Ach, es weiß ja keiner, wie allein er ist, doch ein Cowboy versteht, was von Liebe, wenn das richtige Mädeling küsst. Musik Jippie-yay, yippie-yay, 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 yippie-yay Weil das richtige Mädeling küsst. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020